Hey Leute und willkommen zu einer Runde. Coa ist ein neuer Spielmodus auf GOMA HD. Ari ist dabei. Hallo Ari. Hallo. Ich spiel mal erstmal X5er. Es gibt X5er, X6er und X8er Modi. Das ganze kennt man vielleicht von MC Expert. Der hat das in einer anderen Form oft mal gespielt. Das ist so ein Modus, der ist gar nicht so bekannt bei den Leuten. Und zwar spielt sich das so ähnlich wie Project Aris, ist das glaube ich. Tatsächlich. Für die, die das nicht kennen, erkläre ich das gerne am Anfang. Jeder hat zwei Chors. In dem Fall hier Front und Back. Das heißt, wir haben hinten einen und vorne einen. Und in der Mitte gibt es meistens bessere Sachen wie Dia-Blöcke, die du dir abbauen kannst, um dir Dia-Buskul natürlich zu machen. Wenn du aber stirbst, sind die Dia-Sachen wieder weg. Sterben tut man hier relativ schnell bei dem Modi. Und du kannst dir natürlich auch Eisensachen machen. Aus den Eisenblöcken, die sind bei dem Basen. Und das ist so die grobe Erklärung erstmal. Ja, ich versuche hier so Blöcke zu setzen und du kommst einfach und setzt welche. Hier sind wir gleich bei den Dia-Blöcken in der Mitte. Oh, wir sind viel weniger als die Gegner. Ehrlich? Ja. Ja, dann ist es wohl wichtig, dass wir uns hier ein paar Blöcke holen. Aua. Ja, ich kann nicht bitte den Dia-Block haben. Danke. Ich würde gerne mir schnell die Dia-Rüstung korfen, damit ich vorbereitet bin. Zack, zack. Und full Dia. Ich behalte mal mein Steinschwert aktuell und baue mir kein Dia-Schwert, weil das Steinschwert aktuell schon Rückstoß hat. Das ist ja nämlich so ein bisschen auch Skywars-ähnlich. Hier kann man relativ schnell runterfliegen. Dann war es das auch mit deinem Equip-Vorteil im Prinzip. Ja, jetzt schießen die natürlich rüber. Du musst nur begrenzen, Pfeile, 16 Stück. Wenn du respawnst, hast du wieder alles, was du am Anfang auch hattest. War so, dein Steinschwert hat Rückstoß? Ja, hab ich verzaubert. Ach so, wurde. Hast du in der Base. Ach so, alles klar. Also auch wieder ist das anders. In manchen Maps kannst du nur in der Mitte verzaubern und, und, und. Also bei vielen Maps ist das anders. Ja, deshalb war ich verwirrt gerade. Wenn du ein richtiges Arschloch sein willst, kannst du auch in die Gegner-Base rennen und den Zaubertisch snacken. Dann haben sie nämlich keinen mehr. Das ist, das kann man machen. Ich finde das gut, also. Der erste Core ist eigentlich relativ schnell erreicht, tatsächlich. Ich bin jetzt schon beim ersten Core. Okay. Aber der wird richtig gut geteppt. Also ich habe mir ein Dia-Schwert mit einem Knockback und Dings gemacht. Oh, 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 ich musste erst mal fliehen. Okay. Oh. So. Ich bin ernsthaft gestorben, weil da so viele gekommen sind. Hey, hast du die, hast du die Dings gesaved? Oh, du hast die das gesaved. Aber natürlich. Hey, du bist die Beste. Irgendwo wird was angegriffen, wo dann? Oh, wir sind nicht blau, ne? Beim Front-Dings. Beim, beim Front-Core wahrscheinlich. Ja, Front-Core. Erreicht man relativ schnell. Weiß nicht, ob du den schon siehst. Ja, ich habe gerade einen vor mir und einen hinter mir. Okay. Leute, da kommt einfach ein gegnerischer Spieler in unsere Welt. Gut. Ist ja auch so YOLO, ey. Einmal Stärke verzaubern und... Verdammt. Verdammt. Überleg, ob ich rüber renne. Ne, da kommt einer, okay. Na gut, nochmal schärfe auf mein Schwert. Passt schon. Hätte erst Dings verzaubern müssen. Das war doof. Das war doof. Egal. Ich habe wieder Full-Dia und bin unterwegs. Okay, ich bin am abbauen. Ach, bist du schon beim Front-Dings? Ja. Ja, easy, Leute. Ari regelt. Bin jetzt gleich in der Mitte, bin mal durch unseren Chor durch. Bin in der Mitte. Ich hoffe, der Typ... Oh, 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 oh. Fuck. Ah, ich komme. Okay, da ist auch einer mit Full-Dia. Kriegst du das hin? Du musst kurz weg. Ich falle gleich... Ich habe überlebt. Ich habe ihn gekombot. Nice. Ja, Full-Dia Typ ist tot. Ah, er ist durchgerannt. Oh, er ist runtergefallen. Warte, warte, warte. Ich baue gleich eine Barrikade oder so. Ich baue trotzdem schon mal. Das dauert ja immer so ewig. Du hast ja Abbaulähmung, richtig? Ja, tatsächlich. Deswegen dauert das so lange, das Ding in der Umgebung bei uns zu machen. Ja, haben wir aber gleich, haben wir gleich, haben wir gleich. Yes. Einen haben wir. Äh. Okay. Goldapfel... Vergess deine Goldäpfel nicht. Ja, ja, ich benutze die auch fleißig. Sehr schön. Ich weiß nicht, wo unsere Kollegen sind. Oh Gott, erst mal fast runterrennen hier. Ich habe meinen Bogen nicht verzaubert. Ich bin genius. Einen habe ich tot. Ja. Der hat ein bisschen geleckt. War das nur bei mir so? Ich versuche mal vorzugehen. Wo ist der Full-Iron-Typ? Ach, da. Hier. Ich bin hinter dir. Ja, die Lederleute sind halt schnell tot. Ich mache mal den... Und den kümmern mit Full-Iron. Okay, Full-Iron down. Ja. Ich bin fast tot. Wo ist denn deren Chor? Oh, ich flüchte. Ja, renn, 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 renn. Hab ihr einen Zaubertisch? Nice. Aber nur einen. Oh. Ja, ich lebe noch. Oh. Lebst du noch? Ja, aber nicht mehr lang. Okay. Ich habe eine Kill... Ich habe den Erfolg Kill-Serie erzielt. Ich suche mal deren Chor. Und deren Zaubertisch. Ja, ich wusste nicht, wo der ist. Oh, die Dias haben sie mir geklaut. Okay, oder uns. Alles klar. Aber ich glaube, in der Mitte waren noch welche. Ich gehe mal noch mal kurz gucken. Ja, der ist, glaube ich, da oben, der Chor. Ich bin halt auf dem Weg zum Chor. Okay. Oh, oh, oh. Ich kann dir so halt gerade ganz schlecht nur helfen. Noch eine leere Truhe. Da gammelt einer. Oh, shit. Einer ist auf dem Weg zu unserem Mittelding. Okay, ich bin bei der im Chor. Wir sind nur zu dritt, ne? Ja, aber ich bin bei der im Chor. Okay, und die merken das nicht? Bisher kommt keiner hoch. Okay. Bei unserem ist komisch, aber... Und ich habe ihn im Moment. Ich habe ihn im Moment. Ja? Ähm... Ah! Nein! Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, das war ein kleiner Einblick mal in den Modus. Wenn es euch gefallen hat, gerne mal einen Daumen hoch da lassen oder einen Kommentar oder eine Bewertung. Wir haben gewonnen, obwohl wir weniger waren. Haben wir die trotzdem getötet, Mann. War eine gute Runde. Bis zur nächsten Folge und tschüss. Ja. Vielen Dank.